Ja, jetzt ist halt die Sache mit... Ja, mit Randoms, ja, ja, genau. Klar, hätten wir noch zwei Leute, wäre schon cool, ne? Passende Wohnung. Es stands 64, hier ist nur eins, vor uns. Warte, ich hole da... Hier, Munition oder was? Muss man da holen? Ne, wir haben da voll. Ja, voll. Aber könnte sein, dass Gegner schon da sind, ne? Na ja. Ey, guck mal, ey, geil, Digga! Oha, so ein Auto hab ich mir schon immer gewünscht. Ey, weiter, guck mal hier. Steig, Digga. Ach, dieses eine, ja, Mann. Kann ich einsteigen? Kannst du einsteigen, man? Ja, bestimmt, da sind ein paar mehr Leute. Ja, Mann, warte. Warte, fahr doch nicht weg, Mann. Ja, mach rein. Ich glaube, wir kennen alle. Fahr zu unseren Te-Mates. Ey, dieses Ding hier. Was? Komm, Schi-Teckel. Ey, André! Warte, wird schon geschossen. Egal, wir holen das jetzt zu zweit. War ich überhaupt richtig, oder? Ich hab keine Ahnung, Mann. Ey, hier, warte mal, hier ist doch so ein Ding. Hä? Ich wurde voll zurückgepackt. Wo bist du, ja, hab ich gesehen. Was ist das hier? Aktivieren. Was jetzt? Oh, ich kann so einen Ranger beschwören. Aber warte mal, kann ich, ähm, schon mal Visieren dann? Nee, geht nicht, aber... Äh, ja, was ist jetzt? Ich weiß nicht, wir müssen diese Datenträger sammeln, ne? Ey, hier, hier haben wir, ja, aber hier guck mal, die Gegner haben schon irgendwie was, ne? Rote Markierung. Ja. 35 Meter. Ich glaube, diese gelbe Markierung, lass mal... Ja, lass mal schon zusammenbleiben mit denen. Ja, ja, genau. Wenn die random Scheiße sind, dann war ich klar. Vielleicht kennen sie nicht mehr aus. Hast du den Hund beschworen, oder was? Wie bitte? Ja, ja, ich hab den Hund beschworen. Steig mal auf den auf, Alter. Komm, wir reiten, wir reiten, los. Was ist denn hier, ey? Boah. Ja, genau, jetzt müssen wir zu dem roten Punkt, ne? Kommst du? Ja. Ja. Wir haben jetzt, wir haben jetzt Datenpunkte aufgesammelt und jetzt gehen wir darüber, ne? Ja, komm, warte. Spawn hier in Tornado. Hallo. Ja, Digga, ich bin... Ich bin auch in Tornado gespawnt, ey. Warte mal, hier ist... Ah, hier ist Tornado. Oh, fuck, fuck, fuck. Ja, ich bin... Hast du gesagt, ich bin Tornado gespawnt direkt? Ich sammle wieder Sachen auf. Oh nein, wieder in dem Haus sind welche. Ich flieg mal zu euch, Digga. Macht hier auch keinen Sinn alleine. Da sind Gegner. Auf dem Dach ist auch ein Gegner. Oder? Nein, bei mir Gegner, Alter. Ich konnte nichts machen. Nein, hallo, schneid den Scheiß ab. Scheiße, Mann. Boah, geil, Digga. Geil, geil, geil. Geil, geil. Ey, flieg da rum, da. Geil, geil. Ja, ich mach jetzt. Pass auf. Hab ich gesehen. Hab ich gesehen. Hab ich gesehen, Alter. Du landest, Alter, oder? Ja, Mann, Alter. Jetzt musste unser Typ uns wieder retten, Alter. Ja, okay, so alle vier. So, wenn man alle vier... Wenn wir wissen, was wir machen sollen. Du bist gar nicht. Er ist gar nicht dumm, Alter. Nicht wiederholt. Boah, heftig. Das ist unser Medic, Alter. Ja, Mann. Na, ich bin Medic. Ach, die Scheiße. Wieder abschneiden. Nein, ich bin beschossen. Abschneiden. Ja, da werden... Transport nähert sich. Was für Transport? Boah, Junge. Ja, mit Team ist es schon deutlich einfacher. Alleine, weil einer das entspielt, kannst du direkt wiederbeleben, weißt du? Aber dafür bist du halt anfällig auf Granaten und Raketenwerfen oder sowas. Push mal rein. Da bist du nur einer. Okay, ich bin hier. Nähert sich. Ach, Transporter nähert sich. Irgendwo Transporter. Wo bist du, Digga? Ah, da hinten. Ja, du bist ja ganz woanders. Ich bin hier. Ich glaube, die kommen... Mit dem Bier. Mit dem... Unser Medic. In Transportsteigen. Haben wir gewonnen, oder was? Ich glaube eher, wenn... Ja, ja. Meinst du, du bist schon drin, oder was? Nein, nein, ich bin nicht drin. Ja, Lauf, komm. Ja, nur hier war ein Gegner, Mann. Da sind Gegner drin, 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 drin. Ja, ich hab's gemerkt. Oh, so ein Nuppensohn, ey. Nein, da war doch einer. Scheiße. Wie, da war doch einer. Du hast mir doch gerade gesagt, da ist ein Gegner drin. Nein, ich hab einen getötet. Aber da war doch einer am liegenden Ecke. Soll ich verstanden, hab einfach Datenträger einsammeln. Ah, jetzt. Ja, jetzt nochmal. Da. Ah, da steht doch Absetzungsdruck. Datenlaufenwahrscheinlichkeit. Uplinkwahrscheinlichkeit. Feindwahrscheinlichkeit. Okay, rot, weiß. Ha? Keine Ahnung. Ah, okay, ja. Hier, 100 Meter. Hier, 150 Meter. Hier, gerade raus. Ach, du hast gescannt. Jetzt kommt der gelbe Kreis. Ja, ja, ja. Ah, ich verstehe. Ja, am besten laufen wir halt dahin, wo der kürzeste Weg ist, weißt du? Ja. Extraktion in sieben Minuten, siehst du? Ach so. Was ist jetzt hier drinnen? Ist das jetzt hier, oder wo war das? Guck mal, kann ich das sogar kaputt machen. Wo ist das hier? Hier ist Datenlaufwerk, ne? Äh. Ah, da, guck mal, die machen auf. Ja, scheiße, die Drohne ist jetzt Müll eigentlich. Fuck. Die Drohne bringt nichts, was ich habe. Okay, wir haben jetzt eingesammelt, ne? Ne, wobei, ich könnte scouten jetzt. Ich könnte jetzt rumfliegen und die Gegner scouten. Oh, oben, oben. Ich habe Gegner gesehen. Oben, glaube ich. Warte, warte, chill, chill. Ich flieg mich hier in den Burg. Ich habe roten Punkt gesehen auf der Karte. Ich flieg mit der Drohne mal eben hoch. Ja, flieg mal. Wir gehen so ein bisschen voran. Ja, okay, ich bleib bei dir. Sonst. Wieso flieg der nicht? Also, ich. Warte mal. Steht die Schwerung hier, oder? Die sitzt ja schon ganz oben. Ne, ich bin noch bei dir. Die sind weitergelaufen. Ja, okay, komm. Du kannst die Drohne ausmachen. Die bleibt und scoutet für dich weiter. Und da kriegt der bestimmt mehr Geld halt auch, ne? Verdammt war das laut. Das weiß ich nicht. Ja, klar warst du das. Ich war jetzt oft durch die Wand. Ja. Ja, wo wollen wir denn jetzt wieder hin, hier? Ich habe keine Ahnung, wohin die gehen. Extraktion 1 in 5 Minuten. Das heißt, entweder wir gehen auf Kills, oder wir Extraktion, wir gehen raus. Ja, genau. Der will ja irgendwie, der will ja, oder der weiß wahrscheinlich, dass das da kommt. Vielleicht weiß er, ja, 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 genau. Ja, was, was wackelt hier alles so, Dicke? Der ist da da, Alter. Ach, oh, das habe ich gemerkt. Ich habe wieder irgendwas eingesammelt. Wiedereinstieg. Achso, man muss die Sachen aktivieren. Dann kriegt man hier den Bonus, dass die wiederbelebt werden. Vorsicht, da hinten sind Gegner. Ist Teamschaden eigentlich an? Ich glaube nicht. Hinten sind Gegner, wo ich markiert habe. Da hinten. Oh, der chillt. Was? Okay, einer ist down, einer ist down. Ich habe ihn. Nehm den Schild habe ich. Noch einer? Da, wo ich markiert habe. Ah, da liegt auch so ein Teil rum. Ich habe keine Muni mehr, was? Wo seid ihr? Wo seid ihr? Komm, 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 komm weg. Oh, torne Scheiße ey. Diese Scheiß-Crempe habe ich blockiert. Warte, komm hier rüber. Komm hier rüber. Ich kann dich halten. Ich bin Midi. Ich bin Midi. Ey, da kommt der Pushpo. Ja, ja, ja. Ich kann dich nicht wiederbeleben, nein. Ich habe ihn, habe ihn, habe ihn. Warte, bleib stehen. Ich kann dir Spritze geben. Ich kann dich wiederbeleben. ja ja genau bis wir komplett ausschalten kannst du denn wieder belieben doch das ging das ging das ging ja ja muni kiste war doch irgendwo nein macht die raube noch mal traktion e1 ist jetzt ja ja und guck mal ihr einzig jetzt angezeigt ja ja das sind noch welche neu einstieg ich habe wieder gerufen ich gebe die spritze ja 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 wir kommen mit wir kommen mit ja ja weil ich habe den mail wiederbelebt also ich habe den gerufen und dann unser mail guck mal wir haben extraktion 1 wir können darüber gehen jetzt extraktion ist weg ja wir müssen jetzt auf die nächste warten es gibt drei extraktionen die haben wir jetzt verpasst wir müssen nicht mehr dahin laufen ja jetzt müssen wir auf die nächste warten ja lass mal hier warten einfach ja genau hier hier unten war doch muni ich heile euch werden was ich habe auch hier können wir können durchziehen ich habe aufgesammelt wir haben verlust er war mit autos schon noch pediger das ist so eine scheiße ich dachte ich habe ihn gesehen mit dem berg was ja der war oben irgendwie von oben hat er uns alle geholt ne scheiß alle drei hat er geholt ja wir haben wir wurden so übersandt ja man ja wir wollten so viel das war zu frei aber wir hätten nicht direkt runter gehen sollen ja ja gescheitert was wir verloren oder was oh 360 guck mal boah das ist gut eben ja dass wir nicht gewonnen haben ach so weil wir haben das letzte mal so lange überlebt weil der eine noch gelebt hat deswegen nur ja klar der hat uns immer wieder geholt wie ich habe ja jetzt auch ein wieder geholt gehabt wenn man genug punkte hat kann man einen wiederholen auch wenn einer richtig dann hätten das ja auch machen können ich habe gedacht das geht ja automatisch wenn man das eingesammelt hat ne ne ich hatte genau also mir wurde unten angezeigt soll ich den wiederholen wenn man wieder l1 l2 l1 und l2 r1 drückt also wenn man hund ruft stand da so neu ein stieg ja wenn er da rumgammelt dann kann er nicht oder muss das ja er muss ja dingen suchen dann ja 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 das war es dann ja der muss pushen alter da bringt nichts da die rumliegen geh nach vorne versuch zu kämpfen macht okay die schritte bei ihm nicht ja ja der tschüss die sind alle oben nur klar die waren ja oben alle auf der treppe was für schiss der hat paranoia sein umrufsfall guck mal an der bewegt sich ja gar nicht ich kann ihm nicht mal zu gucken weil die kamera so scheiße in die ja man ja der ist in der wand hat da geglitscht der will einfach komplett extraktion 3 abwarten willst du rausgehen oder ne 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 wir schauen dem schon zu Ende mal sehen was der so macht wenn er wenigstens die kamera richtig drehen würde ja man aber dann sieht die gegner ja man das macht doch keinen spaß zum Glück kommt der Tornado jetzt ich hoffe der nimmt ihn mit ja vielleicht macht er ähm wie heißt das äh vielleicht kriegt man auch gute punkte wenn man einfach bis zum ende überlebt oder so ja warte was ist denn das mit der finne scheiße was du machst direkt beleidigen ey du steh auf das wäre lustig wenn du ihm schreibst jetzt steh auf man lauf ah jetzt hat ihn beschworen yeah ranger beschworen nur lauf doch verdammt mach doch irgendwas boah aber so ein spieler bin ich gar nicht ne ne was ich sagen wollte ähm ja man konnte quasi abwarten und dieser bus der das abholt also hier ist das heute in so ein heli oder so und dabei vorne ist der bus und du konntest auch abwarten und es sind immer vier teams aber wenn du keine teams mehr da hast und du der letzte überlegende bist konnte ich anlaufen und keine Gegner mehr automatisch geht das aber gewonnen ja theoretisch weiß ich nicht wenn jetzt zum beispiel alle teams tot sind und einer ist noch zum abholen dann weiß ich nicht naja aber das ist ja nur bescheuert naja das meine ich ja der wartet extraktion 3 bestimmt ab und da läuft der dahin weil da sind schon fast keine teams mehr und ja ja zum glück ohne scheiß ich hab den gegner angeschrieben sollen ihn töten schnell und scheiß ja hast du denn wirklich geschrieben da jetzt troppo nein 120 16 12 12 13 14 15 15 15 15